Er hält den Ball fest, das war wichtig. Steppelt. Er lässt sich da nicht aufhalten. Boah! Iwobi! Knallt ihn da rein! Jetzt schauen wir uns noch mal an. Aber ich glaube, das könnten wir auch nehmen. Ja, darum schau ich es mal an. Ja, nehmen wir. Aber es ist nicht so gut, es war auch nur Brand. Und das finde ich krass eigentlich. Und das ist so großartig. Und das fast ins Kreuzzeug war...